Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu neuen Ausgaben von BigWolfTV. Ich war einkaufen an, besser gesagt, am, ich war einkaufen, am, so. Und die liebe Luna ist heute mit dabei. Die kleine Süße. Jo, die kleine Knutscheiser. Ja, so, da waren wir am Anfang. Ich komme gerade frisch vom einkaufen, muss ich jetzt hier, deswegen machen wir das Video jetzt auch gleich. Alles gut schmeißig. Wir haben eins, also alles hier Pädigree mit Alice für Luna hier. Wir haben extra mit Soße, das ist am liebsten mit Soße. Eins, zwei, drei, vier Stück. Also für die nächsten Wochen ist gesorgt, was Nasswort angeht. Ja, habe ich gleich schon mehrere bekommen, weil bei uns im Kaufland ist so, die Dinger kosten 229,12 Stück. Und die originalen Algenmarken von Kaufland kosten ja die Tüte 29 Cent. Aber hier sind zwölf Stück drin, das heißt, ich bezahle für eine Tüte weniger. Und habe eine Marke, nämlich Pädigree. Und bei Kaufland ist es meistens auch gut, aber ich bezahle ja noch weniger. Soja, also nehmen wir die natürlich mit. Soja frisst die mit Soße gern, sonst haben sie meistens immer nur die mit dem Chilet, denn das mag sie nicht. Jetzt haben sie wieder da gehabt eingeholt, da muss ich natürlich zuschlagen, logischerweise. Da Tüte da immer was zu fressen hat. Dann haben wir ja einmal wieder Soja, Vanille. Jetzt kostet der immer noch 95 Cent. Wir haben einmal, logischerweise, den Schokorumberi. Die sind wirklich richtig lecker, die Teile. Und wir haben einmal von Alpro die Sodamilch. Habe ich mitgenommen, weil, das ist das Tolle, dass sie kurz von MRD wasch steht. Und da haben sie gleich bei 50 Prozent gesenkt. Das heißt, die kostet jetzt nur noch 94 Cent. Und dafür nehme ich die natürlich gerne mit. Also, dann haben wir noch einmal Haferdrink. Das Geile ist, die kostet immer noch 95 Cent. Die haben sie gar nicht schon gemacht diese Woche. Immer noch 95 Cent. Das ist cool, nehme ich mich als Haferdrink mit. Und weiß nicht genug, ist gleich noch ein zweites Mal. Ja, dann haben wir natürlich noch Zahnpasta, die man immer braucht. Zahnpasta braucht man immer. Und wir haben ein Leckerli gekauft für Luna. Einmal Duck und einmal Chicken. Da ist natürlich auch für Mutti ihren Hund mit dabei, für Rex. Die kriegt dann auch was ab. Jetzt schafft es ihr da nicht allein. Ich habe sie eingeteilt. Ja, so ist der Plan. Das frisst sie gerne. Dann putzt sie auch mit den Zähnen. Finde ich toll. Und das frisst sie so gerne so ein Zeug. Ja. Und dann haben wir noch zweimal dies hier. Das ist von der Firma, ich kenne es noch gar nicht. Das ist eigentlich VEVIA. Veganer Aufschnitt. Die habe ich mitgenommen, weil die auch gesenkt worden sind. Und das auf 89 Cent. Man kann es jetzt schlecht lesen. Aber die sind auf 89 Euro gegangen für 89 Cent. Nehme ich die natürlich gerne mit zum probieren. Weil ja, Wurst kostet auch nur 80 Cent rum. Dann haben wir noch. Nein, das ist gar nicht für mich. Das ist für Rex. Das ist nicht meine Tüte gelandet. Aber ich steig mal vor. Ja, leckerlis für Rex. Naja, es ist mit hier. Also Mutti, wenn du das Video siehst, weißt du Bescheid. Es ist hier. Ja. Und das war es tatsächlich schon, meine lieben Freunde. Ja. Das war es tatsächlich schon. Dann sehen wir uns, wenn ihr mögt Gitarre wieder. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich sage Hi, Ten. Bis denn. Wie immer gilt, Daumen spreiz nicht mit Like, Skites. Lasst ein Abo, falls das nicht passiert. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Dann sage ich vielen, vielen Dank dafür. Hi, Ten. Bis denn. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.